So Uschi und Wolle, heute zeigen wir den Zuschauern einmal, wie wir die Kurse zum Windsegel. Zuerst segeln wir mal in den Wind. Aber das geht doch gar nicht, Captain Zellnator. Das will ich ja gerade zeigen, ihr Landrat. Also gut, ich sehe am roten Fähnchen, woher der Wind kommt, ich steuere langsam in diese Richtung. Die Fock fängt an zu killen und wir bleiben stehen. Gegen den Windsegeln geht nicht. Also Wolle, Fockpack an Steuerbord, wir fallen ab nach Backbord, über die Segel am Windkurs liegt an. Sehr schön, und jetzt bitte den am Windkurs segeln, mit Kommando. Wolle an die Schoten auf am Windkurs. Ich luefe so weit an, bis die Fock leicht killt. Ich falle ab, bis die Fock wieder steht. Am Windkurs liegt an. Gut gemacht Uschi, und jetzt bitte den Halbwindkurs. Fieh auf die Schoten auf Halbwindkurs. Halbwindkurs liegt an. Prima, und jetzt den Raumwind. Fieh auf die Schoten auf Raumwind. Fock fällt ein, Uschi. Ich luefe an, bis die Fock wieder steht. Traumer Wind liegt an. Und jetzt den Vorwindkurs, aber ohne Patenthalse bitte. Fieh auf die Schoten auf Vorwindkurs. Über die Fock, Vorwindkurs liegt an. Sehr schön. So, das reicht mir heute. Endlich Feierabend. Du hast die Bau hier vergessen, Captain Senator. Ich sagte Feierabend, Peter, auch für dich. Du hast die Bau hier vergessen. Ich sag dir, warum die Fock... ...hier. Ich sag dir, was das ganze Schoten... ...und bist du nach der Schoten-A�ung.